er wurde vorgekommen sind wir hin um er hat die Karte der CD1 oder ich weiß nicht wie man da hinkommt weil ich noch nie hier war wir müssen zu zwei also müssen wir hier ist doch so ein Durchgang oder? ne das ist nur hier geht es runter ne wir müssen durch die Portale hier ist hier ein Portal drin ne die sind ja da in der Mitte aber das sind drei Stück siehst du drei Säulen Bibliothek Runden ich weiß nicht wo wir eben das sind Portale ja weil die nicht geluchtet haben ich hab die gar nicht als solche erkannt man muss sie immer betätigen also ich versuche jetzt einfach da dahin zu gehen du hast jetzt welches genommen? Wobbler Ball ja jetzt sind wir richtig müssen und die Türen mit dem jetzt müssen wir da in dieses Gebäude Aua Ich dachte, der wäre schon tot Was? Den letzten Talent haben wir letztens, ne, vergeben Ja, dann glaub ich, dieses, also... Chaos klingt, ob ich übrigens nichts Jaja Oder kann man auch noch? Das nimmt wir auf Wop-Muppe Wop-Muppe Und jetzt müssen wir wieder woanders hin Und geht das immer so hin und her, oder? Das sind... glaube ich, dann müssen wir nur noch zurück Also jetzt zu... Jetzt ist hier nur einer Start Ach mein Gott, weißt du, jedes Mal vergesse ich ihn Ich klicke da rauf und warte, dass was passiert, ne? Und jetzt müssen wir, glaube ich, das nochmal betätigen Was ist denn das? Äh... Oder ist das schon fertig? Ne, wir müssen es... Von hin? Ja, betätigen wir das In die Mitte Wird schon kompliziert Ja, das ist... ne, hier waren wir schon, aber hier sind die drei, ne? Bibliothek und... Ne, wir waren in die Bibliothek, oder? Ne, wir waren in Wop-Labor Okay, dann versuchen wir jetzt in die Bibliothek zu gehen Ja... Oh, richtig Irgendwas stimmt nicht Ich habe eure Position verloren Wo immer ihr seid, es ist instabil Soll ich jemand was sagen? Äh? Die Stimme von dem, ja? Ja Ich erinnere mich an so'n... what the fuck Wieso bin ich wieder zurück? Wieso bin ich wieder zurück? Aber ihr werdet die Ausrüstung, die wir brauchen, nicht dafür... Wieso bin ich wieder zurück, oder? Scheiße Die Stimme von dem, ja? Er ist von so'nem, ähm, Dokusprecher Der, jo, Welt der Wunder und so'ne Sache Hm Oder hier, äh, diese History-Dinger Stimmt Ne? Wir haben nämlich vor zwei Tagen erst eine gesehen, da war diese Stimme bei Äh, jo Ne, da, da haben die angefangen Stimmt Ah, vielleicht dann zum Brunnen doch Kommt, da ist das kompliziert 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 auf jeden Fall Ja Aber so verbringt man ja auch Spielzeit, könnte man jetzt sarkastisch sagen, ne? Na klar Na klar Na gut, aber das ist ab Das ist Bibliothek Hab ich Bibliothek? Ne, jetzt sind wir wieder unten Wir müssen, glaub ich, hier Scheiße Scheiße Scheiße, ne? Irgendwie Ne Fuck Ich war noch ruhig nicht Ich war noch ruhig nicht Ich war noch ruhig nicht Was wir uns bisher am häufigsten gesehen haben, hier, den da wird Hehehe So hoffentlich jetzt, ne? Ja Ich glaub hier Ja Ja Ist das Irgendwo hier, muss das sein Hm Ist hier was? Ich seh nix Aus der Tisch und Stühle Mein Gott, ey Ach hier sind auch mehrere Sichten Ess-Ecke, Garten Telemetrie-Labor Also Garten, glaub ich nicht Warte, ich guck mal nochmal auf die Karte Wer wird das ähm Wer wird das Kunst? Wer ist das? Aber nicht Ess-Ecke Garten Nehmen wir Ess-Ecke? Na, nehmen wir die Ess-Ecke, wenn ich will es dir Hm Scheiße Oh, was ist das denn? Falsch Das war schon mal nicht richtig Das war falsch Hm jemand anderes macht sich am Netzwerk zu schaffen Die Telemetrie-Labor Die Telemetrie-Labor Die Telemetrie-Labor Die Telemetrie-Labor Die Telemetrie-Labor Die Telemetrie-Labor Äh, ja Ja, rupelt das bei dir irgendwie zu welchen mag? Schon Garten? Hm, nee, lass mal andere nehmen Telemetrie-Labor Traum geht glaub ich Ja Ich weiß nicht, ich versuch's Mach mal Ja Das ist auch schon passiert eigentlich Ja Oh, Mann, ey Richtig Ich kann schon mal gucken Und in die Werkstatt In die Werkstatt müssen wir jetzt Ja Jetzt hier nur eine Ich hab was gepoolt, aber Schaffst du es? Jo Ja Nicht, was es denn mitkommt Labor hat er gesagt Labor? Mhm Nee, Werkstatt hat er gesagt Werkstatt hat er gesagt Scheiße Dann muss man glaub ich jetzt in den Garten und dann, oder? Ja und dann Und dann da hin, oder? Oder nicht? Garten Oder sind wir dann nach unten gefallen? Nee, das war das Labor, glaub ich Okay Okay Jetzt, äh Bibliothek Wapplabor Nee, oder müssen wir hochlaufen zu ihm jetzt hier? Oder Ich glaub wir müssen jetzt sein, wo er zuletzt stand Was war in diesem Gebäude? Das war wo? Gute Frage Davor Bibliothek Oder war das Brunnen? Ist auch so simpel, nur 50 Möglichkeiten Es kann man hier Davor Schu Scheiße Hier ist, äh, aber zur Werkstatt Du musst zuerst etwas anvisieren Ja, siehste Alter, was für Was für Anstrengende tun So, da ist Was habt ihr entdeckt? Hm Und jetzt zu der Kamera, ne? Weil sie hier raufdecken, ne? Gott Oh, scheiße Ist das das? Die sind strengen, oder? Äh, eine Quest ist auch so blöd hier Die Beleidigung ist inaktiv Oh ja Was? Jetzt müssen wir die betätigen und so Äh, strahlen Mh, auf Steine Stellen, das war jetzt auch ein bisschen kompliziert Wenn wir genug Spulen überladen, setzen wir das ganze System aus In der Kamera unten gibt es noch mehr, diese Spule greift auf alte Leylinien zu Schaltet sie auf volle Kraft Was das ist Was das ist Links war da, oder? Ja, hier Hm Sind diese Säulen Verwechselbar einfältiges Herumfuschen an meinem Netzwerk erkennen Sieh an, sieh an Ihr scheint mir ziemlich ausgemerbelt zu sein Bei ihr Verlierer Hast ihr aufgenommen? Das ist zu weit entfernt sein Euer Werk wird uns dabei helfen, jeden Winkel unserer uralten Länder zurück zu erobern Ich kümmere mich um Twin, hier um die Spulen Abschaum wie ihr solltet einfach gehen Alter, sagt ja Abschaum zu mir, ne? Hm Sollen Dinge da wachen, oder was? Das kann ich nicht machen Hm Euer Tod ist vorherbestellt Was denn? Weißt du was bei mir weg ist? Was? Äh, diese Damage-Dings da Recount Ja Wem ist es da? Aber was wenn der Raum bereits instabil ist? Was? Äh, diese Damage-Dings da Woh, wo wird das denn nicht? Mein Krümmungsfeld funktioniert nicht Wo habt ihr uns hingebracht? In Skamila-Raum Woah, 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 woah Das stimmt Ich bin außer Reichweite 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 Nein, dieser Ort muss sich meinen Willen folgen. Was? Ich muss näher ran, Twain hat Magie immer auf die leichte Schulter genommen, sie war eine schreckliche Schwierin. Ui, nein, nein, ich fall runter, scheiße, oh ne, ich kann hier so hoch springen, sonst bin jetzt teleportiert worden, jetzt. Scheiße. Och, das ist jetzt kack. Jetzt. Scheiße. Alter. Boah ey. Ja, hast du es jetzt? Nein. Nein. Der springt ja nicht nach... Nicht hoch genug. Und hier ist eigentlich kein Raum zum Sch... Toll. Vielleicht jetzt. Ja. Wie auf dem... Bitte? Man läuft hier wie auf dem Mars... Wo bist du? Ja, ich hab den angesprochen und da hat er mich her teleportiert, glaub ich jetzt bin. Ja. Wo soll es denn hingehen? Ja, ich hab ihn jetzt mal geschaut. Dann haem ihn mal irgendwo hin, ne? Dann heben ihn mal irgendwo hin. Oh, der wies. Ich weiß es denn. Musst du den nicht schleppen? Ich schlepp den doch. Ich sehe das nicht bei dir, deswegen. wegen und sie hat ihn mit der mili und er hat jetzt besitzt nur bei der alten ok schule k nicht nicht Netblablabla, Uelten, Maße und Mahler, 50 Mal ihr erhaltet Wappen, Linke, Punkt sie schichten in so etwas hier verwendet abgeschlossen ist erst das muss man und so steht und Unten. Das ist ja hier so, ne? Kann das sein? Nee. Nee. Die wollen doch springen. No. Wie ist das? Ist nix. Die Ruinen von der anderen Seite. Respektiert die Magie. Ich glaube, wir hätten ihn ein bisschen raus, oder? Keine Ahnung, ich weiß aber nicht, wo er rauskommt. Hör. Wchen. Ich habe ihn gern mal aus. Christi. Wchen. Wchen. ich irgendwie ist das komisch oben ja hier oben ist das ja ein Moment ich komme wieder hoch da ich habe kein ziel was macht ihr da jetzt? zählt das auch für dich? die untersuchung könnte ein paar raumanomalien ans licht fördern vielleicht auch die eine oder andere wortwelle damit kommt ihr locker zurecht diese portale muss man schließen das ist ein paar mausen mhm Ja, das war's. und ich bin ja und weiter hinter dem spiel Ja, ist aber schön Gott, dass das nur 100 sind Fertig? Mhm So gut Hast du es genutzt? Ja Da hinten ist eine neue Quiz Oh Gott, wann fängt das mit diesen Mit diesen Quests an Ach, das gehört noch gar nicht dazu? Ich glaube, siehst du, wenn du die Karte aufnimmst, hast du abgesagten Quests Ähm, du kannst Nicht Das ist es nicht Ich muss was gucken Nimmst du auf? Ja Hi Ja Leute Aber wir können ja auch mal, äh Hättest du auch schon kurz vor 10 Ne? Kurz vor 10? Kurz vor 10 Kurz vor 10 22 Uhr Ja Mhm Und wir gucken mal, da Rose geht's ab Mhm Mhm